So, ich habe mich mal mit der Sachkunde für Pferdehaltung befasst. Ich habe nichts dagegen, diese abzulegen. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich das am besten machen kann, weil über das Veterinärm werde ich es nicht machen, sondern über eine neutrale Stelle. Aber das, was das Veterinärm von mir fordert, ist die Grundvoraussetzung, um gewerblich mit Pferde arbeiten zu können. Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht gewerblich arbeiten. Ich will nur meinen Schulschienen zurück. Und der Witz an der Sache ist, ich habe die Ausbildung schon. Und die ist auch anerkannt. Nur nicht hier vom Veterinäramt, aber von höherer Stelle. Denn ich bin bereits berufserfahrener Zootechniker, was nicht der Tierpfleger ist, sondern der Tierwirt. Und so das Mittelding ist zwischen Tierpfleger und Betriebsleitung. Weil der Zootechniker an sich musste sich auch mit wesentlich mehr und anderen Themen auch befassen, als nur der Tierpfleger das muss. Also wir mussten da auch in Bereiche uns bilden, die mit der Tierpflege an sich jetzt nicht viel zu tun haben, aber irgendwo damit zusammenhängen. Also die Bandbreite des Zootechnikers ist um einiges weiter als die des Tierpflegers. Auch im Veterinärmedizinisch muss ich dazu sagen. Wir mussten ja da auch Veterinärmedizinisch uns ausbilden lassen, um eben rechtzeitig handeln zu können. Und das ist eben, was ich irgendwo nicht verstehe, die Amtstierärzte braucht keinen Sachkundenachweis bringen. Da reicht es, wenn sie sagt, ja, ich habe das irgendwann mal studiert und schon ist man Amtstierarzt. Die Frau hat, bevor sie Amtstierarzt wurde, eine Praxis gehabt, wo sie nur Kleintiere behandelt hat. Hunde, Katzen und so was. Aber mit Großtiere, wie Rindviecher, wie Pferde oder Schweine oder was das noch so alles gibt, hat sie keinerlei berufliche Erfahrung, keine praktische Erfahrung. Die kennst du nur aus dem Lehrbuch. Wie gesagt, ich habe mich schlau gemacht über die Amtstierärztin. Die kennt sich nur halbwegs aus mit Hund und Katze und da auch nur mittelmäßig, wie ich rausgekriegt habe. Also sie waren noch nicht mehr eine gute Tierärztin. Und will dann den Leuten, die durch den täglichen Umgang und durch berufliche Ausbildung das Grundwissen haben oder auch spezielles Wissen manchmal, will ich den Leuten dann irgendwann vorschreiben? Wie gesagt, ich habe die Pferde sieben Jahre selber betreut, jeden Tag. Ich habe auch schon in einem Reitstall gearbeitet, wo die Chefin hochzufrieden mit mir war und traurig war, dass ich dann gegangen bin, weil wir dann weggezogen sind von dort. Ich habe, wie gesagt, jahrelang in meinem Ausbildungsbetrieb auch noch gearbeitet. Ich habe meine Erfahrungen mit Großvieh. Und den Tieren ist es schlussendlich, wenn sie in einer Notlage sind, erst mal scheißegal, ob derjenige studiert hat oder nicht oder irgendwas, Hauptsache ihnen wird geholfen. Wir mussten uns unter anderem auch in der Ausbildung zum Zootechniker, wie gesagt, mit Veterinärmedizin ja sowieso befassen, aber auch mit der Tierpsychologie. Wie wichtig die Psyche eines Tieres ist, damit mussten wir uns auch befassen. Der Amtstierärztin zum Beispiel ist Tierpsychologie offenbar ein Fremdwort. Von Tierpsyche hat sie überhaupt keine Ahnung, was sie unter anderem auch zugegeben hat, schriftlich. Sie weiß nicht, wie sehr die Psyche auf den Allgemeinzustand eines Tieres wirken kann. Das weiß sie nicht. Und das hat sie auch zugegeben. Das habe ich schriftlich von ihr. Wir Zootechniker mussten uns aber auch mit Tierpsychologie befassen. Nicht nur mit der Anatomie und so was, sondern auch mit der Tierpsychologie. Und jetzt soll ich das Ganze auch noch erweitern. Nachdem mir dieselbe Amtstierärztin noch gesagt hat, als ich ihr gesagt habe, ich bilde mich weiter, ich sitze nicht nur da und drehe Däumchen, sondern ich kontaktiere Fachleute. Ich bilde mich weiter über Internet, über Fachleute, über alle Möglichkeiten, die es mir gibt. Und da sagt sie zu mir, ich soll mich nicht weiterbilden, ich habe alles den Tierärzten zu überlassen. Ja, manchmal kommt man in Situationen, da muss sofort gehandelt werden. Ja, man kann ja dem Tierarzt Bescheid geben, aber bis der heran ist, muss erst mal was gemacht werden. Und dass ich die Zeit überbrücken kann, dafür habe ich mich weitergebildet. Nein, ich soll mich nicht weiterbilden, ich habe alles den Tierärzten zu überlassen. Und wenn eben der Tierarzt fünf Stunden braucht, bis er da ist, warum auch immer, dann habe ich das Tier eben zu lange leiden zu lassen. Was ist das für ein Ansatz? Und jetzt kommt es an, ich soll mich weiterbilden, damit ich noch mehr weiß als sie? Und dann auch noch, dass ich ein Gewerbe aufmachen könnte, was ich überhaupt nicht vorhabe? Also das kann mir langsam keiner mehr erklären, was das Ganze soll. Es zeigt sich immer mehr, dass es eine reine Schikane ist. Ich werde auch mal verlinken, was da diese Sachkunde für Pferdehaltung bedeutet, für wen sie eigentlich Pflicht ist. Das ist, wenn ich es gewerblich machen will, aber ich will es nicht gewerblich machen. Und ich habe bereits die Ausbildung als Zutechniker. Also doppelt gemoppelt im Grunde genommen. Wäre schön, wenn es mal die Amtsdeerärzte nachweisen müsste, aber die braucht es ja nicht nachweisen. Reicht ja, wenn sie mal vor, weiß ich nicht, irgendwann im vorigen Jahrhundert mal studiert hat. Aber sie hat keine praktische Erfahrung. Und wie ich schon mal irgendwo erwähnt hatte, Erfahrung ersetzt Bildung, aber Bildung nicht immer Erfahrung. Und nur weil einer studiert hat, heißt das noch lange nicht, dass er dann auch die Ahnung und die Erfahrung hat? Wohingen die Leute, die Erfahrung haben, durch täglichen Umgang, durch das reale Leben, ja, die haben einen Erfahrungsschatz, ohne studiert zu haben. Aber das kommt bei vielen nicht an. Also verstehe ich nicht. Das, was gefordert wird, habe ich eigentlich schon. Man müsste nur mal die Bretter vor dem Kopf wegnehmen und die Scheuklappen und sonst was. Die Ausbildung habe ich bereits. Und was ist bitteschön an einer Haltung so schlecht, wenn man von vornherein darauf achtet, dass die Tiere gar nicht erst krank werden? Dass man das alles schon so gestaltet, dass die Tiere gesund bleiben? Oder ist eine Haltung besser, die zwar nach modernsten Richtlinien läuft, aber die Tiere ständig krank werden und man ständig einen Tierarzt braucht? Dann doch lieber eine Haltung, wo die Tiere gar nicht erst krank werden. Und meine sind nun mal nicht krank geworden. Woran das wohl liegt? Weil so etwas wie Strahlfäule, Mauke, Hautprobleme, was gibt es noch? Kohle, Kotwasser, was auch immer, kenne ich von meinen Pferden nicht. Wenn sie mal ein Problem hatten, wo ich gesagt habe, okay, das überschreitet meine Kompetenzen, dann habe ich auch einen Tierarzt kommen lassen. Das war aber in den sieben Jahren ein- oder zweimal der Fall gewesen. Aber ansonsten gab es nie gesundheitliche Probleme bei meinen Pferden. Und da würde ich sagen, sollte man auch mal darauf achten. Also ich finde, eine Haltung, wo die Tiere gar nicht erst krank werden, ist doch wohl besser als eine Haltung nach modernsten Richtlinien, wo die Tiere ständig krank werden. Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Hufrehe oder so was. Also von daher hat man sich offenbar keine Meinung keine Gedanken drüber gemacht. Dass auch die Haltung an sich auf die Gesundheit der Tiere Einfluss hat, auch auf die Psyche und so weiter. Und das an und für sich alleine schon, wenn die Tiere gesund bleiben, ist ja schon ein Zeichen, dass die Haltung wohl doch okay ist. Oder ist eine Haltung nur dann okay, wenn sie modern ist, aber die Tiere ständig krank werden? Würde mich mal echt interessieren. Und wie gesagt, was das Veterinäramt von mir fordert, habe ich schon längst. Ich bin Zootechniker, ich bin Tierwirt, mit Berufserfahrung, im Gegensatz zu der Amtstierärztin. Und wie gesagt, ich verlinke mal hier wegen dem Sachkundenachweis, und dann könnt ihr selber nachlesen, was das Amt von mir überhaupt erwartet. Ne? So.